hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unserem paladin ja was haben wir letzte woche erledigt wir ein bisschen signalfeuer gelegt wir haben ein oberort getötet wir haben portale vernichtet zerstört deaktiviert ja und die aufgabe gehen wir jetzt ab was uns als nächstes folgt brauchen wir nichts das teure verkaufen sprecht mit schwamm und jetzt müssen wir das licht sei mit euch sehr schön ach so wir müssen noch gleich irgendwas werfen das sieht auch gut aus dem tag uhr wir müssen ich muss ja vor das machen wir müssen auch die zerstören das erste tor zerstört immer noch mal schnell zu das zweite bombe fliegt bombe fliegt bombe fliegt ihr seht sie fliegen und zerstört sehr schön aber die aufgabe erledigt das war für dich wirklich schwer das können wir noch mal gucken also ich finde dass das tor sieht genial aus das hat was das hat was es hat immer noch was die monamente sind auch eingraviert so zack gehen wir die aufgaben ab fliegt uns vielleicht wo fliegt uns hin naja fliegt uns da vorne hin ne oh ein erz ein erz leute wir haben festgestellt ein erz bringt uns 3000 ep bei zehn erzten das 30.000 erfahrungspunkte das ist mehr als zehn prozent eines levels was geht euch durch den kopf so was brauchen wir denn ja ja fort mit uns ist ja schon gut ach so hat er bringt das ob ich jetzt noch das kann ich für euch tun na komm bring uns zum truppenposten wenn wir schon dabei sind bevor wir da weitermachen kann uns auch gleich zum truppenposten bringen ich will mal wissen welche welten das hier sind diese welt vielleicht es ist keine welt der nordstern vielleicht aber da haben die orks was gebaut das dunkle portal gut sie haben viele leute führt fast klar auf trainer um das zu bauen aber das musste man auch erst bauen das ist ein ding ich glaube auf diesen planeten gab es noch nur die riener und paladin vielleicht noch ein paar andere mischmasch rassen aber ansonsten war da gar nicht viel so menschen gab es nicht bis die menschen kam das hört sich auch doof an so und hallo hallo mögen eure reisen sicher sein ja danke für die ankunft schönen guten tag wohl als zwerge das freut mich doch man sich direkt hallo hallo zeit auf der hut wie geht es so schon okay das darf man so wieder angreifen ja da muss man durch wir müssen wir reden ich glaube mit ihm hier mit ihr schickt nicht zur was zu tiefen ritze jetzt fliegen wir auch wieder so ein bomber angriff der geht glaube ich da oben lang wo ist er denn das müsste hier vorne sein und wo sind sie da sind sie der blut geworfen so haben wir die ersten zerstört drei sekunden nächste ist auch noch mal schön ich finde ich noch mal hierher fliegen deswegen nur kurz konzentrieren dass wir es auch alle kriegen zack davor können wir jetzt noch mal zack und eine kanone brauchen wir noch dann haben wir dich und ding ding dong geschafft und wir zurück wir können wieder zurück wir haben es geschafft sehr schön so mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken wo wir uns nach wie kommen wir gleich hier noch hin zu so einer postnehmer durch questen können dann müssen wir auch wieder so dem mode ich muss mal nur hier dämonen und alles andere töten legion und orks verseuchte vom feld ihr wisst es die wild gemachten orks mal gucken gespannt aber leute das ist die 99 folge nächste woche haben wir schon 100 folgen paladin von level 1 das wird da bin ich gespannt ich bin noch überlegen was wir machen ich glaube wir machen so eine extra lange folge mit einer instanz schön level so was hast du jetzt für eine aufgabe jetzt bringst du uns glaube ich zum nächsten noch mal noch mal machen ich wollte mir doch dahin können wir zurückfliegen so ist es echt noch mal machen scheint wohl so ach da machen wir es halt noch mal ja leute nächste woche 100 folgen ich bin noch überlegen was wir machen war einfach eine doppelt so lange folge machen oder wir machen dreifach so lange folge da bin ich noch am überlegen was wir machen hier töten euch erst erst mal da haben wir schon mal schön viele da die nächsten so hier auch das geht diesmal ein bisschen schneller und zack so hier vorne auch nochmal wir hätten da warten müssen aber hier kriegen wir sie auch nochmal zack so hier vorne und geschafft sehr schön ja jetzt muss ich noch kurz konzentrieren ihr wisst es jetzt fliegt er gleich wieder zurück 100 folgen paladin das ist das mit dem paladin habe ich auch den kanal angefangen ihr seht es man sieht es auch in den ersten folgen da ist auch die tonqualität nicht ganz so gut und da waren sie glaube ich 3-4 minuten lang oder so da fühlte ich mich dann auf 10 minuten dann war es nochmal wieder länger ja aber mit den paladin bürgrim hat es angefangen bürgrim bürgrim lp haha passt ich wollte eigentlich nur diesen paladin aufnehmen aber das wurde nach einer zeit zu langweich und dann kam dieses projekt jenes dazu dann haben wir mal ein projekt wieder aufgehört mal wieder das dafür gemacht aber ich will jetzt noch nicht zu viel reden das können wir in einer 100 folge spezial machen das hat uns jetzt hier 3 minuten gekostet so dann gehen wir die aufgabe auf und dann fliegen wir nach da oben ich glaube der bringt uns auch hin dann müssen wir gleich mal gucken oder der andere greift irgendwer bringt uns gleich da oben hin zum ehrenposten oder ist das ehrenposten ist das genau da kommen die aufgabe gehen wir nochmal ab kriegen wir nochmal ep schön euch zu sehen mögen eure reisen sicher sein wie geht's ne wir wollen da nicht nochmal hin wie geht's äh man sieht sich ich bin zum ehrenposten jetzt bringt uns zum ehrenposten vorher war mal ein bisschen zu schnell geklickt so dann fliegen wir da mal hin hier kann ich mal kurz ein kreuzchen machen auf meinem papier so zack 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 so und dann mal gucken was uns da oben noch erwartet da müssen wir auch noch ein paar dämonen kämpfen ist auch so eine kleine questreihe aber ich würde sagen wir machen hier in diesem land vielleicht noch ein paar questen bleiben verbleiben da nicht ewig weil ihr seht es wir können eigentlich fast überall wir könnten ja mal nach nagernd da auch eine aufgabe zangen amarschen ich finde ich nicht ganz so toll das land marionisch schatten und da könnte man auch sich überlegen aber noch sind wir ja hier auch die hilfe seid vorsichtig töten das ist immer gut töten kommt mal mit hier ihr kleinscheißer nicht weglaufen nicht weglaufen nicht weglaufen nur was ist das denn was ist denn mit euch los seid ihr denn für welche hier wir sind aber auch komisch aus so ja wovor sie uns töten töten wir sie mal lieber schnell zack zack haben wir haben wir sehr schön und zack bam ich brauche ein ziel du brauchst ein ziel warum brauchst du ein ziel dich müssen wir töten da hinten dann machen wir einfach mal auf und nimm dich mit hier sind aber diese komischen kanonen auch die an abschießen da kommen dann immer nur euch drei auf einmal so die großen kleine und so eine salomaso quina da kommt noch einer ist dann nur einmal einfach ein bisschen größer das war ein schöner crit sag mal so quina ist alle der kleine hoch und nur der große sträubt sich ein bisschen sehr schön auf morgen damit war mit es greift uns auf die kanone und die machen wir auch gleich mit platt ich habe keine diese kanonen sind echt ätzend teufels kanon was weiß ich wie die heißen zack und heilen wir uns mal ja leute wir können wir immer noch eine kommentare haben ob wird doch mal vergelt das spielen seine gutheitsvergelt da können wir nicht so viel zusammenziehen aber andersrum machen wir auch wieder mehr schaden so wie die da brauchen wir noch zwei da kommen da ist ein diener hier sind diese komischen ohne dir so viel dieser dieser komischen ja ist klar da kommen dann immer ich halte und dich in der teufels kanone teufels kanone v1 v1 rakete soll das vielleicht irgendwie sowas sein ihr wisst schon v1 rakete ja ja glaube ich aber nicht so das wird blizzard glaube ich nicht sich trauen so jetzt töten wir die beiden noch zack zack und der letzte sehr schön können wir aufgabe gleich abgeben genau die ist fertig oh wir sind auch schon schon wieder ein halbes level geschafft bei 77 seid gegrüßt siehe den ehrenfreund aber jetzt müssen wir drei kanonen zerstören echt jetzt müssen wir drei kanonen zerstören wo sie gerade zerstört haben zwei moment da ist da sind aber ein paar noch da sind sie da können wir so gleich zerstören sehr schön kommen her die erste hier was man nur auf die kanonen die anderen sterben einfach mitten bei also nebenbei nicht mitten bei ich brauche ein du kommst auch noch dran zack und zack 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 aber sehr schön sooo und euch töten wir euch mal alle zusammen können wir sie nicht aufmachen und gleich weiter prima ich habe kein sehr schön aufmauen und das nerz das nerz das nehmen wir auf jeden fall mit das sind 3000 erfahrungspunkte leute es war klar dass uns anders ich mache mir aber schnell nieder und sehr schön aber 3000 erfahrungspunkte lassen wir doch nicht einfach so liegen dass das so wieder ab für 30 euro liegen lassen einfach und weitergehen das geht nicht das geht nicht sondern immer diese aufgabe auch noch mal ab aber dann sind wir auch spielen am ende dieser let's play folge so guten tag fällt marschall was möchtest du als nächstes von uns den torschlüssel ist okay das würde ich sagen das machen wir aber in der nächsten folge und zwar in der 100 folge special spezial wenn er sehen wollen was wir in der 100 folge special spezial machen schaltet nächste woche wieder ein zu einer weiteren let's play folge ww ich danke fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss